Hey, mein Name ist Marius und wir suchen dich als Vertriebsmitarbeiter in der Sparte Türen. Wir sind Klöpferholz. Mit 21 Standorten in ganz Deutschland beraten wir dich zu jeder Zeit immer gerne. Hier bei Klöpferholz haben wir alle Türen, die du dir vorstellen kannst. Und auch für deine persönliche Entwicklung steht dir bei Klöpferholz alle Türen immer offen. Bist du überzeugt, dann kommen hier deine individuellen Vorteile. Bis zu 30 Tagen Urlaub. Regelmäßige Schulungen, Weiterbildungen, familiäres Beisammensein und Rabatte auf das gesamte Klöpfersortiment. Und glaub mir, bei uns gibt es noch mehr für dich. Schau am besten selbst vorbei und sieh, was wir alles zu bieten haben. Es lohnt sich. Klick einfach unter mir auf den Link und bewirb dich. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.